in der Tat pass auf jetzt ist noch schönes Wetter aber jetzt ist schlechtes Wetter das ist irgendwie sehr komisch schon mal aufgefallen, dass jetzt viel mehr Flugzeuge da sind what the fuck button machine oh my she's who new yeah E. Da 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 da! Button Mashing! Du kannst doch mit Leertaste machen, das geht ja viel besser! Vergewaltigung der Tastatur! Juhuu! Runtergeholt! Da umkommt nochmal weg! Komm schon! Ohhhh! Awa Awa! 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 Das ist für Flugzeug! Zbam! Alle kaputt! So far so good! Way to go! Ich weiß nicht was du machst! Du kannst! Was ist das? Transform mich jetzt! Kennen wir schon! Nichts mehr besonderes! Aber ich war voll erstaunt bei der Transformation! Die war hammergeil! Sollten wir jetzt nicht neue Leben haben Tails! Oh my god! Oh my god! Das wir Klimasie in denbereich besser?! Boah! Ja da SO mon. Da CLAは! Es ist der Hammer! Wow! Wow! Wir sind zufriedenne und Energie auch in der Halbzeit. Bug-Frage-Zeichen? Oh mein Gott. Zug. Und los! Full speed ahead, Tails! Full speed ahead! Ja, komm schon! Wir holen unsere eigenen Schüsse. Jeff. Ne, komm, komm, komm Ist doch schon kaputt Also da geht's definitiv einfach Wenn ihr einfach Button Mashing macht Aber wenn ihr aufmacht Gleich Button Mashing Dann ist ihr gleich kaputt Naja Total schlecht eigentlich Wenn man das mal so bedenkt Gut Ja, das kennen wir Wow, dieses Ding ist Das kennen wir auch Nein, ernsthaft Wir kennen das Gut Bildet ihr nur nichts ein Kennen wir doch auch Transformation, blub blub Oh, wow, es hat sich Ja Ich meine, es ist gut gemacht Es ist gut überlegt Wow, sieh nur, es hat sich verwandelt Hast du das gesehen? Ah, es ist so Wow Und da ist die Plattform, wo wir nachher Wo Sonic gegen Chaos gekämpft hat Wir Wir Definitiv nicht so Hier geht's rein Das müsste ja auch Aufsichtsplattform sein, oder? Ja, das hast du richtig Erraten, du So Geht allerdings viel einfacher Als Sonic zu einer Stage Erreiche die Kapsel Vor Sonic Und zerstöre sie Ja Ja Du warst doch der Langsame Wo ich sagen muss, dass es mit dem Fliegen echt nervig ist Um das mal klarzustellen Ja Ja, da hätte man abkürzen können Wie ihr gesehen habt Könnte man das vielleicht Ja Dankeschön Ja Ich hasse diese Stage Kann man überall runterfallen Ja Kamera Oui, oui Gut, weiter, 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 weiter Ist der noch bei Sonic? Da waren hier irgendwelche Dinger, die uns töten wollen Hier auch Das war bei Sonic irgendwie alles ein bisschen schwerer Also wenn es Bei Sonic fiel das Ding auch irgendwie runter Also es ist alles ja Ja Aua Aber so Spinning Tackle Mach ich alle platt Na, kann man eigentlich alles langfliegen Aua So, weiter, komm Oui Niu, niu, niu Oh, komm schon Just do that Aua Die falsche Richtung Tails So Vorletzte Runde Und Gab's mit Wir mussten ja die Kanone trischern Aber nein In dem Fall kommt jetzt da drunter eine Kanone Wisst ihr Und dann kommt Sonic und knallt das Ding ab Ja, das Muss man erst mal überlegen Hier in der Story Ja, das ist Äh, nee Nee, da muss man hier Gott So Jetzt sind wir hier innen angekommen Kennen wir auch alles schon Also momentan ist wirklich nichts Interessantes Ja, gehen wir nach draußen Oho Gott ist mir schlecht Ja Kennen wir noch alles Danzen wir einfach eine Runde ab Na komm schon Komm schon Komm schon Uh Und noch einer Knack Hey, jetzt komm Tu nicht rum Dankeschön Ja Tails Mach ihn platt Jetzt Danzt er gleich an Bitte hör auf Tails Geh zur Seite Amy Aus dem Weg Nein Dieser Roboter ist mein Freund Er hat mir geholfen Tu ihm nix Hm Na gut Wenn du es sagst Ich nehme an Dass du deine Gründe hast Hey Das Raumschiff Verliert an Höhe Hurry Tails Äh Beeil dich Hau mit Amy ab Was wird aus dir Ich suche Eggman Und werde seine Untaten verhindern Ja Okay mach mal so Sonic Amy Komischer Roboter Ach ne, weißt du was Du stirbst hier einfach Und plötzlich kann er fliegen Gerade hat er noch ein Jetpack Mit dem er fliegen konnte Das ist Ist euch das aufgefallen? Also Bam Oh mein Gott Alles geht in die Luft Warum geht alles in die Luft? Versteht das einer? Haben wir irgendwas gemacht? Na ja Okay Wir haben Einiges Vieles gemacht Gut Jetzt sind wir hier In SS Central Station Station Square Da kommen wir angeflogen Komischerweise ohne Roboter Der ist Zu seinem Herrchen Zum Robotnik Gut Aber der Vogel ist wieder da Komischerweise Ah Oh mein Gott Er wurde geohnt Tails Wir müssen ihn verfolgen Hm Los Tails Schnell Schneller Das ist Eggman Ich frage mich Was aus Sonic geworden ist Na Brei Was denn sonst? Blauer Ekliger Schwabbelbrei Ich bin fertig Chaos ist besiegt worden Und mein Egg Carrier Ist ruiniert Mach Macht nichts Ich werde Station Square Dennoch zerstören Aha Ha 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 Was denn? Was macht er denn? Wir fallen aufs Maul Hä? Oh mein Gott Eine Rakete Und mit der passiert was? Wenn die Rakete losgeht Fertig Los Ja Sie geht los Oh oh Sie ist Losgegangen Ja und jetzt Totales Chaos Vielleicht hier mal Ne Ah nein Ein Blindgänger Aha Ich werde mich persönlich Darum kümmern Oh nein Ich muss zur Rakete Ehe er sie zündet Ja Da müssen wir jetzt wohl Hier durch hin Schnell Tails Eggman Ich sehe sie Ach echt Ich muss sie nur vor Eggman erreichen Ich muss sie vor Eggman erreichen Das Schicksal von Station Square Hängt von mir ab Oder Sonic Ah Ich habe mich sehr verändert Seit ich mich mit Sonic abgebe Aber sich etwa auf ihn verlassen Ewig auf ihn verlassen Ich weiß dass ich das alleine kann Okay Eggman Schieß los Ja an dieser Stelle machen wir einen Cut Nein Machen wir nicht Äh Was machen wir jetzt halt Achso ich habe gar keine Wahl Ich muss Okay What What He's got up Ja What the fuck Ah da war doch was Ich wusste da war was Juhu Da haben wir auch noch eine Abkürzung Oh sind die grünen Ringe toll Ja Mochte ich schon immer die Teile Hier der komische Tunnel Aber da kommt auch noch ein schlimmer Teil Den ich hasse Wie die Pest Da ist der ganze Vorsprung Den man jetzt rausfährt Nichts mehr Wenn man den Teil dann verkackt Sozusagen Oh verdammt Beispielsweise hier Oder hier Ganz geil Das hätte ich schon Ich bin